Wer war denn dabei, als ich kurz dieses Gespräch von Erwin, Proletopia und Dekaldent gezeigt habe? Da waren sicher ein paar von euch dabei. Da haben sie diskutiert, der Dekaldent und der Erwin, über den KuchenTV. Unter anderem auch, dass man ihn quasi von Twitch spenden sollte. Und das war, wann war denn das? Ich glaube letzte Woche am Donnerstag oder so. Und da hat der Dekaldent ein paar so Sprüche rausgelassen, wo ich mir auch schwer getan habe damit. Also sehe ich auf jeden Fall kritisch. Und es war klar, dass KuchenTV darauf ein Video machen wird. Und er hat es gemacht. Das schauen wir uns an. Weil ich finde, er hat da schon auch ein paar Punkte darin. In dem, was er sagt. Ich muss aber sagen, ich finde ihn trotzdem ein bisschen weird, den KuchenTV. Ich glaube, er ist so ein bisschen ein Narzisst, aber halt so ein vulnerabler Narzisst, der, wenn er angegriffen wird, gleich zurück angreifen muss. Fine like wine schreibt nochmal eine Bitte, nochmal meine Bitte. Lea Frings als Gesprächspartnerin, die ist schon länger weg von RT Deutsch. Die Lea Frings, die hat von RT Deutsch auf, die hat 2018 glaube ich schon aufgehört. Früher wahrscheinlich. Ja, nee, das ist schon länger her. Aber ich kann mal fragen, ob sie vielleicht Bock hat, in so einer Folge dabei zu sein von einem der Auszug. Schalke 04, KuchenTV, der Typ ist zum Abgewöhnen. Ich komme auch nicht klar mit ihm. Aber ich finde, dass er jetzt da, in dem, was er sagt, da hat er schon ein paar Punkte. Und das werden wir uns jetzt da kurz reinziehen. Dekaldenz, lächerliche Hetze gegen KuchenTV. Hat er geschrieben. Ich lasse mal laufen, ja. Dekaldent wird euch halt ein von Begriff sein, denn ich habe auf dem Kanal schon öfter auch Videos zu ihm gemacht. Also, Dekaldent kennt wahrscheinlich auch jeder oder die meisten von euch. Wissen wir, wer das ist? Das ist ein Kollege von mir auf Twitch. Da sieht man ihn. Das ist der Dekaldent. Ja, Kollege. Und er möchte nicht, dass KuchenTV auf Twitch ist. Und KuchenTV möchte sowas nicht hören. KuchenTV möchte nicht hören, dass er verbannt werden soll. Und dann regt er sich auf und macht mir ein Video. 13 Minuten 53 Sekunden. Letzte Woche einen mega heftigen Live-Talk mit Proletopia und hat da wirklich super weirde Aussagen über mich gebracht. An dieser Stelle sei aber direkt gesagt, ich bin jetzt wieder cool mit Proletopia, denn ich bin laut ihm Hashtag Based. Gut, aber er steht dahinter. Ja, er steht hinter seiner Performance. Meinen Geschmack trifft es nicht. Aber ich sage mal so, er steht dahinter. Ich bin jetzt wieder cool mit Proletopia, denn ich bin laut ihm Hashtag Based. Wir haben uns vertragen und sind jetzt das YouTube-Pärchen Nummer 1. Wir haben sogar danach noch einen Live-Talk gemacht, wo er sich sogar bei mir entschuldigt hat. Also vielen lieben Dank an Proletopia, dass er mich gegen Dekadent verteidigt hat. Und natürlich sagt er es noch dazu, wie der Erwin sich bei ihm entschuldigt hat. Es tut ihm so leid, wie der war zu ihm, der Proletopia, der jetzt den zweiten Teil schreibt von Sarah Wagenknechts Buch. Er schreibt, die Selbstgerechteren, schreibt der Erwin, Teil 2. Es braucht die Wagenknecht gar nicht mehr dazu. Schauen wir aber einfach mal rein, was Dekadent so gegen mich zu sagen hat. Grundsätzlich geht es um die Frage, ob ich weiter auf Twitch streamen darf. Und dazu sagt Karl unter anderem folgendes. Das zu sagen... Warum soll mir die Meinung eines ungelernten, verurteilten Volksverbrechers und mutmaßlichen Frauenschlägers auch nur... Volksverhetzer, meinst du? Nicht Volksverbrecher, Volksverhetzer, meinst du? Ja, also ist ja ein Verbrechen am Volk. Aber warum soll das irgendeine Daseinsberechtigung haben für jemanden, der bei Verstand ist? Also erstmal ist das halt wieder dieses typische... Ja, ich werfe gerne mit Schlagwörtern um mich, denn so muss ich mich inhaltlich mit der Person gar nicht erst auseinandersetzen. Wisst ihr, was ich daran aber viel, viel lustiger finde? Karl möchte sich jetzt also nicht mehr mit mir auseinandersetzen, weil ich ungelernt bin, weil ich wegen Volksverhetzung verurteilt wurde und wegen der Sache mit Gina, die zwar nicht bewiesen ist, aber das reicht schon, dass da Vorwürfe im Raum stehen. Ja, gut, sage ich nichts dazu. André P. schreibt, er macht Videos für ein jüngeres Publikum. Ist doch okay. Ja, ey, du, ich sage, er steht dahinter, es kommt gut an. Meinen Geschmack trifft es nicht, aber es trifft auf jeden Fall Geschmäcker. Die Sache mit Gina war 2017. Die Volksverhetzung, Verurteilung habe ich 2016 bekommen und ungelernt bin ich ja eigentlich schon mein ganzes Leben. Wenn dich diese Punkte wirklich so krass stören, dann frage ich mich doch, warum du im Jahre 2019 und 2020 Live-Talks mit mir gemacht hast. Und nicht nur das. Im Jahre 2020 und 2021 hat er so auf 10 oder 15 Videos von mir reagiert. Also, wie gesagt, gab es den Streit ja damals schon. Die Verurteilung zur Volksverhetzung war auch schon raus und ungelernt war ich zu dem Zeitpunkt ebenfalls. Das Ganze hat ihn komischerweise die ganze Zeit überhaupt nicht gestört. Aber so ungefähr seit fünf Monaten sind das so die Argumente gegen Kuchen. Also, da hat er einen Punkt, finde ich. Das war alles bekannt und Dekalent hat mit ihm quasi kooperiert auch. Hat sich Videos angeschaut von ihm. Also, da finde ich schon, da hat er einen Punkt, der Kuchen-TV. Chizzo schreibt, oje, mit Kuchen-Videos hat es auch bei Erwin angefangen. Ist auf jeden Fall so, ja. Aber ich mache da sowieso nicht mit, bei diesem komischen Spiel, was die da laufen haben. Das ist nicht meines, ja. Ich finde aber, er hat, in dem Video hat er Punkte gegenüber dem Dekalent, ja. Und ich finde, der Dekalent kommt nicht gut weg mit dem, was er da bei der Diskussion beim Erwin gesagt hat. Mit einigen Sachen. Bei anderen Punkte da eh auch wieder, ja. Aber sie, die mögen sich halt überhaupt nicht. Das ist einfach so. Kuchen-TV mag den Dekalent nicht. Dekalent mag den Kuchen-TV nicht. Erwin mag den Kuchen-TV wieder. Erwin mag Dekalent nicht mehr. Dekalent mag den Erwin nicht mehr. Drama. Drama. Twitch-Drama. Dekalent mag den Kuchen-TV, warum man sich nicht mit mir befassen muss. Erklär doch mal, Dekalent. Wo kommt denn nach Jahren plötzlich dieser Sinneswandel her? Die bessere Frage ist, was machen wir eigentlich mit dir? Denn wenn ich schon mein Recht verloren habe, von Karl wahrgenommen zu werden, wegen Dingen, die sechs oder sieben Jahre her sind, dann frage ich mich, wie wir mit dir umgehen. Denn du hast mal in einem Video vor etlichen Jahren Folgendes gedroppt. Dede genau, das ist ausgeglichen, was du schreibst. Dede schreibt, ich mag beide nicht. Das ist eine ausgeglichene, fast wienerische Einstellung, die du da hast. Und der schließe ich mich an. Ich mag auch beide nicht. Da läuft ein Nähmler mit der Fackel rum. Also ich weiß nicht, Digga. Also hat er einen Punkt, finde ich. Wenn der Dekalent früher so drauf war, weiß ich nicht. Ich kenne den eigentlich nicht. Ich kenne den erst, seit ich selber auf Twitch was mache, weil ich mich da ein bisschen reingefuchst habe in diese Twitch-Welt. Das kann schon mal passieren, dass man sowas sagt. Der hat sich auch entschuldigt dafür und so. Nur, dann solltest du halt gegenüber anderen ein bisschen gnädiger sein. Meiner Meinung nach. Die N-Bombe droppt, egal wie viel Jahre das her ist. What the f***? Da läuft nähmler der Fackel rum. What the f***? Also ich weiß nicht, Digga. Aber wer die N-Bombe droppt, egal wie viel Jahre das her ist, ich finde, der sollte einfach von Twitch gesperrt werden. Denn ich bin Karl. Ich meine, was ist das eigentlich für eine Aussage? Der N-Wort hat eine Fackel. Und ich weiß, was man jetzt sagen könnte. Hä, Karl macht doch aber so im Groben und Ganzen so ähnlichen Content wie du. Ich meine, ihr beide reagiert auf Sachen im Stream. Ja, das machen wir. Allerdings gibt es eine Begründung, warum Karl das machen darf und ich nicht. Ja, das ist halt auch super. Das habe ich mir jetzt schon gedacht, wie es beim Erwin in der Diskussion gesagt hat. Habe ich mir schon gedacht, Karl, das sind Argumente, die sollte man nicht bringen. Die sollte man nicht bringen. Das ist ziemlich gut. Was mache ich anders? Ja, du stehst ja auch da mit deiner Meinung. Ich habe nicht eine gelehrte Kraft, also habe ich ein Universitätsfundament. Okay, also halten wir fest. Was ist ein Universitätsfundament? Ja, würde mich interessieren, weil du mal auf der Uni warst, hast du ein Universitätsfundament oder hat einen Abschluss? Ja, aber wieso sagt er dann nicht Universitätsabschluss? Sind Fragen, die mich quälen. Tobi schreibt, Dekadent ist allwissend. Ja, kommt ein bisschen so rüber. GZSZ auf YouTube, schreibt Felix Follerichs. Ja, nee, das ist, GZSZ, das ist eher so Frauentausch. Oder bei uns hieß es, Tauschefamilie hieß es in Österreich. Dekadent hat einen Bachelor in BWL, also nix. Okay, na gut. Dann habe ich mehr Streamrechte als er, weil ich habe einen Magister. Das zählt mehr. Ich darf richten. Ich darf richten über KuchenTV und über Dekadent. Ich bin der allwissende Richter und nur ein Doktor darf über mich richten. Karl darf das machen, weil er ist a älter und b hat er einen Universitätsabschluss. Oh Mann. Das sind also laut Karl ausschlaggebende Punkte dafür, ob eine Person auf Twitch seine Meinung äußern darf oder nicht. Okay, dann schauen wir uns doch einfach mal zwei Beispiele dazu an. Björn Höcke ist 50 Jahre alt, also älter als ich und Karl und hat einen Masterabschluss. Der darf also seine Meinung sagen. Da steht Karl dahinter, wenn der jetzt auf Twitch streamen würde, dann... Ja, stimmt. Das war komplett in Ordnung. Josef Goebbels ist irgendwann halt auch mal 45 Jahre alt gewesen und hat ebenfalls Germanistik und Geschichte studiert. Laut Karls Argumentation also ein wirklich sehr kompetenter Typ. Na holt sie auf Twitch Goebbels und Höcke auf Twitch. Schalke04 schreibt, es darf doch jeder Videos machen. Was im Kindergarten? Na Moment. Hast du ein Universitätsfundament? Ich glaube nämlich, ich werde meinen Chat auch nur für Universitätsfundamente zur Verfügung stellen. Schizo schreibt also, im Gespräch zwischen Dekaldent und Polytopia sind Dekaldent nicht die Argumente ausgegangen, sondern Erwin hat in Bezug auf die Ukraine so bodenlos dummes Zeug dahergeredet, dass es schlichtweg zu dumm war, um darauf einzugehen. Und ich kann den Dekaldent auch nicht leiden. Ich habe zwei Staatsexamen. Oh? Okay. Dann darfst du richten über mich, mit zwei. Ich glaube, ich habe mir das dann gar nicht fertig... Oh ja, ich habe es mir fertig. Die haben halt auch aneinander vorbeigeredet. Vom Prinzip, das war halt so eine typische Diskussion vor Publikum. Ja, da ging es nicht darum, dass man irgendwo zusammenfindet, ja, sondern jeder wollte halt einfach Recht haben, ja. Felix Fullerich schreibt, ich habe mal eine Uni von innen gesehen. Reicht das? Sagen wir, ja. Schalke 04 schreibt, Stefan, ich bin adelig, ich darf alles. Moment, in Österreich ist der Adel abgeschafft, ja. Und ich streame hier aus Österreich. Das heißt, ihr schaut hier, hier gilt österreichisches Recht auch für euch aus Deutschland. ... und Geschichte studiert, laut Karls Argumentation also ein wirklich sehr kompetenter Typ. Also, der dürfte auch auf Twitch seine Meinung sagen. Ich meine, immerhin hat er ja einen Universitätsabschluss. Die Aussage von Karl ist halt einfach dämlich. Nur weil jemand älter ist oder studiert hat, heißt das ja nicht, dass die Person direkt kompetenter ist. Ja, hat er einen Punkt, ja, muss ich sagen. Da muss ich sagen, da hat er einen Punkt, ja. Ich habe ihr erzählt, ne, eine Frau, die einen Doktor hatte, hat mich für einen Achonten gehalten, ja. Bei den, die war in der Orgelgruppe, bei den Mahnwachen in Wien, ja. Die hat mich für einen Achonten gehalten. Das hat mich beunruhigt, aber die Geschichte erzähle ich euch bei einem der Auszug. ... oder studiert hat, heißt das ja nicht, dass die Person direkt kompetenter ist. Das würde ja im Endeffekt auch bedeuten, dass Leute, die studiert haben, immer recht haben, egal um was es geht. Ja, ist eher so. Ist so. Gilt einfach, ja. Aufgrund ihres nicht vorhandenen Abschluss andere runterzumachen, beziehungsweise in die Kompetenz abzusprechen, ist halt wirklich einfach absolut lächerlich. Und was passiert eigentlich, wenn zwei studierte Leute miteinander diskutieren? Die haben doch beide recht. Das finde ich ist, das muss ich sagen, das ist schon fast witzig, ja. Also was heißt fast, das finde ich sogar witzig, ja. Was passiert dann eigentlich, wenn zwei, die studiert haben, miteinander diskutieren, ja, nach dieser Logik? Also er hat schon einen gewissen Humor, ja. Das muss ich ihm schon auch zugestehen, ja. Da ist auch ein bisschen, da ist auch eine Intelligenz da, ja, wenn du so einen Witz machst, ja. Ist er mal sympathisch. Kann ich, muss ich einfach so sagen, ja. Da ist er mal, da ist er mal sympathisch, ja. Wenn zwei studierte Leute miteinander diskutieren, die haben doch beide recht. Wir machen lieber weiter. Junge Menschen sind sehr viel beeinflussbarer, ja. Und sollte man junge Menschen von anderen Menschen, die kein Bildungsfundament haben, unterrichten lassen? Ist das eine gute Idee? Der Dekadent ist also der Meinung, dass jemand, der kein Bildungsfundament hat, nicht seine Meinung auf Twitch oder YouTube äußern sollte. Denn genau darum ging es ja in dem Live-Talk zwischen den beiden. Nehmen wir einfach mal Rezo als Beispiel. Der hat Informatik mit Nebenfach Musik studiert. Laut Karl ist das ja eigentlich ein Bildungsfundament, was er hat. Aber macht ihn das wirklich zum Experten, sodass er ein 50-minütiges Video gegen die CDU erstellen kann? Ich meine, er hat nichts studiert, was irgendwie mit Politik oder sowas zu tun hat. Da hat er einen Punkt, ja. Und da hat er einfach einen Punkt. Und ich muss auch sagen, dass der Dekadent sich die Argumente besser überlegen sollte, wenn der in so eine Diskussion reingeht. Ja, das stimmt. Da hat er einen Punkt, ja. Der Cookie Boy. Das muss man schon sagen. Und weil darfst du dann nur mehr zu Themen was sagen, die du studiert hast oder so, ja. Du kannst das ja so weiterführen dann. Und er macht sie gerade, ja. Ich meine, er hat nichts studiert, was irgendwie mit Politik oder sowas zu tun hat. Oder darf ein Montana Black sich über Corona-Leugner beschweren? Der Montana Black hat ja auch nie studiert. Dürfte es dann überhaupt noch Meinungsblogger geben? Oder ist es überhaupt in Ordnung, dass eine Person, die nicht studiert hat, im Internet ihre Meinung frei äußert? Die Aussage von Karl macht halt null Sinn. Er möchte mich halt damit diskreditieren, beziehungsweise sich über mich stellen. Indem er sagen kann, ja, aber der, der hat ja nicht mal studiert. Und ich bin älter. Aber eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Aber du beeinflusst doch auch junge Menschen. Absolut, ja. Und ich glaube, dass ich damit einen sehr viel besseren Job mache als KuchenTV. Ja, aber das... Das tut schon weh, ja. Das tut weh. Das... Das tut weh. Und ich bin älter. Aber eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Aber du beeinflusst doch auch junge Menschen. Absolut, ja. Und ich glaube, dass ich damit einen sehr viel besseren Job mache als KuchenTV. Ja, aber das glaubst du eben. Das ist halt auch wirklich so geil. Karl beeinflusst junge Leute. Und ich beeinflusse auch junge Leute. Aber Karl macht das deutlich besser. Deswegen ist es bei ihm in Ordnung und bei mir muss man das Ganze kritisieren. Ich meine... Ja, ob Karl weiß, wer Hybris ist, ja. André P schreibt, Dekadent heißt nicht umsonst so, ja. Karl Logant müsste sich eigentlich nennen, ja. Ja, Dekadent weiß ich nicht. Das passt irgendwie nicht. Karl Logant, ja. Es ist ja klar, dass er das so sieht, dass er das... Ja, fine like wine, okay. Du hast vier Semester YouTube-Universität, Bachelorenschwurbelei und Frühsexualisierung. Ich habe sieben Jahre alternative Medien, ja. Was sagst du denn da? Ich habe meinen Doktor-Doktor gemacht, ja. ...macher macht als ich, oder? Ja, aber wenn du in die Plattformen... ...dann hat er nicht mehr das Recht auf seine Meinung auf diesen Plattformen. Hä? Was hat denn das mit Meinungsäußerungen zu tun, ob dir Millionen Jugendliche zuhören dürfen oder nicht? Was hat das mit Meinungsäußerungen zu tun, ob dir Millionen Jugendliche zuhören dürfen oder nicht? Also merkt ihr diese Doppelmoral in diesem einen Satz oder soll ich euch das erklären? Ich meine, das ist schon ein Punkt vom Dekalent, ja. Wenn man den Kuchen-TV de-Plattformen würde, kann er immer noch seine Meinung sagen. Also, das muss man schon sagen, ja. So vom Prinzip, ja, wenn du es auftröselst und der Cookie Boy tut viel auftröseln, was den Dekalent betrifft, ja. Oh, schau, wie ich ihn da erwischt habe. Nee, nee. Und letzten Endes kannst du es auch auftröseln und kannst sagen, hey, selbst wenn du nicht mehr streamen kannst auf Twitch, du kannst immer noch deine Meinung sagen, ja. Diesen Punkt, ja. Aber später hat er dazu nochmal Folgendes gesagt. Merkt ihr diese Doppelmoral in diesem einen Satz oder soll ich euch das erklären? Aber später hat er dazu nochmal Folgendes gesagt. Erzähl halt irgendwas, was du möchtest in deinem kleinen Kellerchen, wo es keiner mitbekommt und ungefiltert, unreflektiert, uneingeordnet auf einer Plattform mit Millionen jungen ZuschauerInnen, die davon meinungstechnisch angetrieben werden können. Karls Meinung ist halt wirklich unironisch, dass ich zwar meine Meinung frei äußern darf, aber nur in einer kleinen Gruppe von Personen, also zum Beispiel in meinem Keller oder so, aber nicht öffentlich auf YouTube bei einer Reichweite von einer Million Abonnenten. Aus dem Grund sollte man mich auf YouTube und Twitch übrigens auch sperren, damit ich da eben nicht mehr meine Meinung sagen darf. Für Karl ist also quasi irgendwo ein Cut bei einer Reichweite, wo es für ein KuchenTV nicht mehr in Ordnung ist, dass er diese besitzt bzw. dort seine Meinung frei äußern darf. Aber das Ganze ist ja logischerweise nicht gegen die Meinungsfreiheit, weil mir würde zwar das Recht genommen werden, vor Millionen von Jugendlichen meine Meinung zu sagen, aber ich darf sie ja trotzdem noch äußern. Nur halt im kleinen Kreis irgendwie, weiß ich nicht, ich könnte mich ja vorm Einkaufszentrum stellen und da meine Kuchentalks vorlesen oder sowas. Ja, aber es ist so, ja. Das ist einfach so. Die Kröte muss man fressen, ja. Die Kröte schreibt, werden wir dann nicht in einer Diktatur. Meinungsfreiheit kann ja auch eingeschränkt werden, ohne dass die SS kommt. Na, ich finde es nicht. Ich finde, dass die Plattformen nicht gleich einschränken der Meinungsfreiheit ist. Und ich finde auch nicht, dass zum Beispiel D-Plattformen canceln ist. Ja, das finde ich auch noch nicht, ja. Aber das ist halt weit, das ist halt ein Spektrum, da kann jeder, jeder kann argumentieren, pro und contra. Ja, doch, das ist canceln, doch das ist Einschränken der Meinungsfreiheit. Ja, ich finde, ich finde nicht, dass das als Einschränken der Meinungsfreiheit, genau. Trudes Rune schreibt, das Recht auf Redefreiheit beinhaltet aber nicht das Recht auf den Megafon. Das ist schön, ja. Das ist, das ist wirklich eine schöne Metapher. Astrid, hello Astrid, du schreibst, KuchenTV hat wenigstens so viel Intellekt, dass er klug argumentiert, im Gegensatz zu Dick Kaldent. Er ist übel deppert. Null Inhalte, Argumente, nur geifernder Hass. Erwin kontert cool. Ja, so krass sehe ich es auch nicht. Also, ich habe mir die Diskussion angeschaut und ich finde, er hat schon seine Punkte auch gehabt, der Dekadent. Da, das sehe ich nicht, so hart sehe ich das nicht, ja. Er tritt arrogant auf, auf eine gewisse Art, aber mein Gott, das ist halt seine, das ist seine Art, ja. Aber der macht auch gute Sachen, macht er auch, ja. Also, ich versuche das schon auch ein bisschen differenziert wahrzunehmen, ja. Genau, über alles außer Zitronentee. Zitronentee darf man nicht besprechen. Was er jetzt versucht, ist halt an schlechter Argumentation eigentlich nicht zu toppen. Erst sagt er folgendes. Okay, Nikolaj Lerling ist also eine ziemlich fiese Figur, ja. Fiese Figur, er vertritt Meinungen, die nichts mit Meinungsfreiheit zu tun haben, sagen wir so. Ja, unter anderem, ja. Was würdest du sagen, wenn er hier auf Twitch streamen würde? Würdest du da De-Platforming für in Ordnung halten oder nicht? Das ist jetzt nur, um allgemein auszuloten, ob De-Platforming insgesamt etwas ist, das von Vorteil sein könnte oder nicht. Gibt es Meinungen, vor der die Öffentlichkeit geschützt werden sollte? Nikolaj Lerling ist ein rechtsextremer Holocaust-Leugner. Ich denke, hier ist es ja klar, dass Polytopia dafür ist, dass er von Twitch gesperrt wird. Bin ich auch, denn das hat eigentlich auch nichts mehr mit freier Meinungsäußerung zu tun, sondern erstmal ist das gegen das deutsche Gesetz und zweitens auch gegen die Terms of Service bei Twitch. Jetzt macht er allerdings folgendes. Nachdem er von Polytopia dann ein Ja bekommen hat, versucht er das Ganze auf meine Situation zu beziehen. Was würdest du sagen, wenn eine Person seinen Partner als Lügnerin darstellt, einen öffentlich auch gewalttätigen Schlagabtausch auf Instagram, YouTube und Twitch dokumentiert und dann ein riesiges Entschuldigungsvideo macht, um es dann als Prank zu entlarven? So, und da finde ich, da hat er einen Punkt, der Dekadent. Das ist bei Weitem nicht sowas, wie es der Nikolaj Lehrling macht. Lehrling, Lehrling, Volkslehrer, bei Weitem nicht, aber da hat er einen Punkt. Weil die Art und Weise, wie Cookie Boy mit dieser ganzen Sache mit seiner Freundin umgegangen ist, hat ein sehr, sehr übles Geschmäckele, sehr, sehr übel. Und meiner Meinung nach ist er da viel, viel zu glimpflich, hat er sich da rausgezogen aus dieser ganzen Sache. Aber so ist es halt, Internetpublikum vergisst schnell, verzeiht somit auch schnell und dann hat man ihm das halt durchgehen lassen. Aber da finde ich, hat er auf jeden Fall am Punkt, der Dekadent. Jizu schreibt, ich finde, private Plattformen sollen selbstverständlich entscheiden dürfen, welchen Müll sie der Öffentlichkeit zugänglich machen wollen oder eben nicht. YouTube ist doch keine staatliche Behörde und seriöse YouTuber haben doch auch ein Interesse daran. Ja, ist ein Punkt, ist auf jeden Fall ein Punkt. Die Todesrunde, da hat Kuchen aber gerade Unrecht. Der Volkslehrer ist nur rechtsradikal, nicht rechtsextrem, muss man wissen. Na, Moment, Todesrunde. Der Volkslehrer, der ist nur nicht linksradikal. Nicht, dass sich da wieder ein paar Leute getriggert fühlen. Weil man rechtsradikal oder rechts sagt, Peace, Niklas, der Volkslehrer ist nicht linksradikal. Okay, wir verstehen uns. Ist das etwas, was man tun sollte oder gehören solchen Menschen mal Grenzen aufgezeigt? Er bringt hier ein Extrembeispiel, um Proletopia dazu zu bringen, Ja zu sagen. Also, dass es okay ist, Leute auf Twitch zu canceln. Dadurch, dass er jetzt das Ja gehört hat, bringt er dann quasi meine Geschichte, um zu sagen, naja, wenn das bei dem okay ist, dann bei KuchenTV doch auch oder nicht. Obwohl das logischerweise überhaupt nicht das gleiche ist. Er versucht mich halt auf einer Stufe mit einem rechtsextremen Holocaust-Leugner zu stellen. Denn seine Argumentation ist ja quasi, naja, wenn der Nikola hier gecancelt werden darf, dann... Schatz, hat er sich so auf die Stirn geklopft? Ob nicht das gleiche ist. Er versucht mich halt auf einer Stufe mit einem rechtsextremen Holocaust-Leugner zu stellen. Schatz, der hat ja gleich einen roten Fleck. Hat der so eine empfindliche Haut? Schaut euch das an. Rechtsradikal. Ludwig beschreibt, aber auch private Plattformen dürfen niemanden diskriminieren. Ja, wer sagt das? Thorsten, danke Mann. Danke für die 499. Eine private Plattform kann sich aussuchen... Danke, Thorsten. Eine private Plattform kann sich aussuchen, was sie zur Verfügung stellt. Also, da sehe ich anders. Auch wenn es mir nicht schmeckt. Auch wenn es mir nicht schmecken sollte. Aber ich finde, es ist halt eine private Plattform. Privat, sagt sie schon. Denn seine Argumentation ist ja quasi, naja, wenn der Nikola hier gecancelt werden darf, dann KuchenTV doch auch, oder nicht? Ey, das kannst du dir nicht ausdenken, Mann. Er sagt ja auch, dass ich einfach mal eine Strafe bekommen muss für das, was ich tue. Aber habe ich ja. Ich habe massiv Abonnenten und Klicks verloren. Also, das ist doch dann eine Strafe. Warum sollte man mich denn dann noch von irgendwelchen Plattformen ausschließen? Ist ja gut. Na, schau Blutwespe, du schreibst, wenn du ein Geschäft hast, darfst du auch nicht einfach sagen, dass Menschen einer bestimmten Gruppe keinen Zutritt haben. Richtig. Aber, du darfst Leute rausschmeißen. Du darfst Leute rausschmeißen und darfst ihnen ein Hausverbot geben. Das darfst du machen. Und das gilt. Ich habe als Barkeeper gearbeitet, längere Zeit. Und da gab es das auch. Wer sich blöd aufgeführt hat, ist rausgeschmissen worden. Und dann bist du halt an dem Abend nicht mehr rein. Und wenn du dich richtig dumm aufgeführt hast, bist du nie wieder reingekommen. Lebenslanges Hausverbot. Also, das gibt es schon. Genau, Todesruhne, solange das mit den Gesetzen des jeweiligen Landes konform ist, kann die Plattform entscheiden, was sie veröffentlicht. Wenn ich ihn auf Twitter erwähnt habe, einmal oder so, weil ich der Meinung bin, da hat eine Person sein Recht auf öffentliche Wahrnehmung verwirkt. Und wenn das meiner moralischen Empfindung entspricht, dann bin ich auch sehr wohl gewillt dazu, öffentlich zu sagen, dass ich auch nicht möchte, dass eine Plattform wie Twitch so jemanden plattformt. Auch eine sehr kluge Meinung. Weil Karl mich nicht mag, möchte er, dass Twitch mich auch nicht mag und von der Plattform ausschließt. Jaja, das ist ja klug. Karl möchte also quasi, dass nur noch Leute auf der Plattform unterwegs sind, die er gut findet. Ja, aber das ist seine Meinung. Die kann er auch haben. Ja doch, daran sollten wir arbeiten, denke ich. Jetzt geht es darum, dass Dekadent mich vor zwei Wochen auf Twitter kritisiert und Twitch markiert hat. Das Ganze verteidigt er jetzt so. Aber was sollen sie machen? Der Gedanke dahinter ist, dass Leute, dass Leute sehen, und zwar Twitch-Streamende, was da für ein Unsinn erzählt wird und vielleicht zu dem gleichen Schluss kommen wie ich auch, dass man so einer Person nicht mehr in regelmäßigen Reactions eine noch größere Plattform bieten sollte. Darum ging es. Natürlich. Ich meine, Karl hat geschrieben, Twitch, ich bitte euch. Aber damit wollte er natürlich nicht, dass Twitch irgendwie einschreitet und mich sperrt oder mir die Partnerschaft wegnimmt, sondern er wollte damit natürlich andere Influencer dazu bringen, nicht mehr auf mich zu reagieren. Also mal ganz abgesehen davon, dass gerade wirklich gar keiner mehr auf mich reagiert, macht das doch auch null Sinn. Also dann hättest du doch auch direkt diese YouTuber markieren können, oder nicht? Ich meine, Karl, gehst du wirklich davon aus, dass alle Twitch-Streamer immer schauen, wo Twitch.de markiert wird und sich dann jeden Tweet davon durchlesen, oder was? Also Realtalk, das ist so eine schlechte Ausrede. Ja, ich meine, ist eh klar. Natürlich hätte er angefangen. Da hätte er die Nivea-Creme geholt und die Taschentuchpackung, der Dekadent, wenn KuchenTV von Twitch die Plattform wird. Es ist eh klar, dass das so ist. Aber er regt sich halt auch gern auf. Das gefällt ihm schon, den Cookie Boy, wenn wer schießt gegen ihn. Da kommt er richtig in Stimmung. Erinnert mich ein bisschen an den, also vom Verhalten her, ich möchte sie nicht gleichstellen, aber vom Verhalten her erinnert er mich ein bisschen an den Ken Jebsen. Der ist auch, wenn er angegriffen wird, ist er in Höchstform. ... hat Karl das vorher noch damit verteidigt, dass Twitch sich ja ganz klar auf die Seite der Ukraine gestellt hat und ich durch diese Instagram-Story angeblich auf die Seite von Putin und ich deswegen von Twitch gesperrt werden sollte. Ja, also was denn jetzt? Hast du Twitch markiert, damit andere Influencer das sehen, was gar keinen Sinn macht? Oder vielleicht doch, um Twitch darauf aufmerksam zu machen, was ich da so poste? Also als Demokrat, finde ich, wir müssen damit leben. Putin hat Recht und Ukraine gehört weggebombt, ist ja nur auch nicht wirklich eine Meinung, oder? Das hat er auch nicht gesagt. Natürlich. Nein, hat er nicht. Okay, ich habe halt nie gesagt, dass die Ukraine zerbombt werden sollte. Also er meint halt logischerweise meine Story, die ich damals gepostet habe. Und ja, das war Clickbait und hätte man bestimmt auch anders machen können. Aber das habe ich halt nie gesagt. Er legt mir einfach irgendwelche Wörter in den Mund, die ich nie gesagt habe, um mich runterzumachen. Ey, Karl. Bitte. Wer war sich bei... Wir kommen jetzt dann nach KuchenTV. Büde, Büde. Hot Top. Hot Top Videos. Oder diese Schmalzschliff-Geräusch-Videos. Schaust du gelegentlich Amuarat? Amuat heißt sie, oder? Amuat. André B. Papa Talks würden doch auch gut ankommen. Hampelst du ein bisschen mehr rum? Schon bald 1,2 Millionen Abonnenten. Lucy ist auch wieder da. Ja, wir sind noch da. Drei Minuten haben wir noch von dem Video. Ich nie gesagt habe, um mich runterzumachen. Ey, Karl. Bitte. Was ich bei Karl auch nicht verstehe. Immer wenn er im Gespräch nicht wirklich weitergekommen ist, hat er versucht, irgendeine andere Baustelle aufzumachen. Beispielsweise hat er dann immer den Chat kritisiert. So wie hier. Ja. Also, er hat den Chat kritisiert. Der Kuchen macht schon immer Drecks-Comments und zwar absichtlich. Du, der hat auch, also was er da mit diesen Funkleuten abzieht und so, finde ich überhaupt nicht okay. Ja. Das finde ich, sollte er nicht machen. Barbara reagiert auf eine Reaction. Jetzt sollte der Kuchen auf die Reaction von Barbara reagieren und danach der Erwin wieder auf das Video. Na Moment. Ich kommentiere nicht auf eine Reaction. Der Kuchen hat ein Script und vom Prinzip ist das eine Dokumentation, was wir uns da anschauen. Ja. Er hat gescriptet und zeigt Archivmaterial. Ich reakte hier auf einen Dokumentar. Auf einen Dokumentarkommentar. Ja. Ich reakte doch nicht auf eine Reaction. Wo kommen wir denn da hin? Nach Polytopia. Ja. Was ist denn das hier für eine Schwurbeltruppe? Was für eine Schwurbeltruppe? Ich habe das Gefühl, Karl debattiert jetzt gerade auf Gefühlsbasis und sieht es nicht neutral an und es vernebelt seine Meinung momentan. Das ist ja kein Schwurbelt, das ist seine Meinung. Wo steht das im Chat? Ich habe das nicht gesehen. Also da sind wir in gefährlichen Gefilden unterwegs. Oh ja, der Kommentar, dass Karl eher emotional argumentiert, als wirklich objektiv, ist wirklich sehr, sehr schlimm. Also dass Polytopia sowas im Chat stehen lässt, kann ich auch nicht verstehen, um ehrlich zu sein. Was dann aber wieder sehr cool ist, ist, wenn zum Beispiel Leute im Chat von Dekadent Kuchenschiss zu mir sagen. Das ist lustig und freudig und das macht Laune. Das ist in Ordnung. Aber wer? Dekadent wird kritisiert. Er möchte damit logischerweise vom Thema ablenken und sich selber in die Opferrolle stellen. Ja, was soll man dazu sagen? Abschließend bleibt mir auch gar nicht so viel mehr dazu zu sagen. Dekadent ist halt der Meinung, dass ich weder auf YouTube noch Twitch eine große Reichweite haben sollte, weil er mich nicht leiden kann und weil er meine Aktion nicht gut findet. Ich denke auch, dass das Internet ein besserer Ort wäre, wenn Dekadent ab sofort entscheiden darf, wer denn noch seine Meinung äußern darf und wer nicht. Ich bin der Meinung, er sollte seine Reichweite besser nutzen. KuchenTV. Und Dekadent auch. Beide, die sind ja beide ein bisschen arrogant. Jeder so auf seine Art, aber deshalb mögen sie sich auch nicht, die zwei. Arroganz ist aber nie ein Zeichen von Stärke. Muss man auch wissen. Arroganz hat meistens mit Angst und Schwäche zu tun und wirkt aber dann, weil es halt, weil es irgendwie ein Angriff ist, wird es halt meistens mit Stärke assoziiert, ist es aber überhaupt nicht. Ich habe mal so einen Schauspielkollegen gehabt, der hat mal so gesagt, Arroganz ist ein Zeichen von Können. Die besten Schauspieler, die größten Künstler, die klügsten Menschen sind alle urbescheiden. Dieses emotionale Argument ist so bescheuert, das ist wie man eine Frauenmeinung abspricht, indem man sie hysterisch bezeichnet. Welches emotionale Argument? Wie es aussieht, wenn Karl jemanden nicht mag, das hat er ja auch schon bei der vulgären Analyse gezeigt. Ich meine, ich will die vulgäre Analyse hier gar nicht verteidigen, was der macht, ist halt wirklich Bullshit, aber die vulgäre Analyse hat mal ein Video zu Dekadent gemacht und die Antwort von Dekadent war dann folgendes. Ich meine, er hat einfach mit Doxing gedroht, mit privaten Informationen und wie gesagt, will ich die vulgäre Analyse nicht verteidigen, aber wenn rauskommt, wer der Typ ist, dann ist der wahrscheinlich einfach tot. Natürlich, der ist ja total gefährdet, der Schlomo, ja, und der hat das ja noch nie gemacht, jemanden gedoxt, der Schlomo, muss man auch wissen, ja, also das hättest weglassen können, Cookie Boyle. Und darüber, solche Witze zu machen, beziehungsweise damit zu drohen, weil es ist nicht wirklich ein Witz, ist halt einfach eine Sache, die wirklich gar nicht geht. Sei nicht so böse zu denen, sonst macht Schlomo ein Video gegen dich, das kannst du nicht wollen, du öffnest die Bilder, ich weiß, wie Schlomo heißt und wo er wohnt, also wenn Schlomo ein Video gegen mich macht, dann werde ich das einfach veröffentlichen, und ihn aus Irland anzeigen. Ich weiß auch noch ein paar andere Sachen, von daher würde ich gerne ein Video machen, Alter, sehr gerne. Das ist dann aber auch das letzte Video, das er gemacht hat. Du wirst keine Adressdaten veröffentlichen, aus Irland raus. Könntest du eine Strafanzeige geben, und wenn mir dann der Vorname rausrutscht, und dann auch nochmal ein Nachname irgendwann, das kann schon passieren. Das sind Fehler, die passieren jedem. Das sind Fehler, die passieren. Wir in Irland, in Irland haben wir, haben wir komplett, komplett andere Mentalitäten. Er hat danach in einem Tweet auch noch gepostet, dass er ja gerne mit ihm reden würde, allerdings nur mit Video und ohne Verkleidung und so weiter. Den hat er allerdings kurze Zeit wieder gelöscht, weil es ihm wahrscheinlich dann doch peinlich gewesen ist. Was kann ich abschließend dazu sagen? Ich finde das Ganze schwierig. Leute doxen zu wollen, weil sie einen kritisieren, weil man vielleicht mit der Meinung nicht einher geht, finde ich halt wirklich schon sehr, sehr schwierig. Aber auch, dass er Leute wie mich von Twitch und YouTube am liebsten entfernt haben wollen würde, weil ich ja Leute beeinflusse und nicht studiert habe, ist halt wirklich eine sehr gefährliche Meinung. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye. Ich finde, du solltest auf Twitch gesperrt werden. Wirklich eine... Das ist halt so... Ist doch gut, wenn man sowas macht, aber muss man so ein Thumbnail machen? Ach Gott, das hat jetzt alles ruiniert. Das hat jetzt alles ruiniert. Gut, jetzt haben wir das. Ja, ich finde, er hat da schon... Er hat schon seine Punkte, der KuchenTV. Aber letzten Endes, da ist halt viel Persönliches, ja. Dekadent, KuchenTV. Ich finde es, ich mich amüsiert es. Ja, so ein bisschen Drama zwischendurch. So ein Drama, wo es keine Toten gibt, wo keine Kriege ausbrechen, wo kein Dritter Weltkrieg passieren kann. Das ist doch auch mal nett, oder? Zur Abwechslung. Finde ich schon. Finde ich legitim, sich sowas anzuschauen. Finde ich legitim, sowas auch zu machen. Und das, das muss ich sagen, das hat mir sogar ein bisschen gefallen, das Ganze. Als Beobachter von außen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017